Moin moin Leute, willkommen zurück zu heute. Heute werde ich sterben. Wir müssen mal kurz unsere Menschlichkeit zurückgewinnen, indem wir natürlich erst die Menschlichkeit, ne? Dingsen. Vergesse ich jedes fucking mal, dass wir es erst benutzen müssen. Weil ohne Solair kriege ich diese Kacke einfach nicht hin. Und ich hoffe einfach, ich kann den rufen. Weil wenn nicht, dann bin ich im Arsch. Und das wäre nicht so cool. Das wäre überhaupt nicht so cool, ne. Wir haben einen Haufen Seelen schon verloren. Ist auf jeden Fall funny. Nicht so funny für mich, aber für euch. So, wir müssen mal vielleicht einfach ein bisschen aufpassen, runterkommen und dann kriegen wir das Ganze bestimmt auch hin. Und dann passiert sowas und dann denke ich mir wieder direkt so, kein Bock mehr. Trifft mich einfach so eine Scheißbombe, ey. Ich fasse es nicht. Streitaktion deine Mutter. Okay. Runter und zu den Hunden. So. Versuch's mit Einzelkampf. Oh really? Ich dachte, ich ziehe einfach den ganzen fucking Dungeon hier. Denn ich bin behindert. Was durchaus der Fall sein kann. Der ist ausgewichen? Ne, das kann der nicht. Ihr Motherfucker, ey. Ich will nicht treten. Du Bitch. Du kleine Bitch, Mann. Wenn ich jetzt verrecke, dann bin ich sehr, sehr sauer. Danke. Ist schon besser. Ist nicht mein Tag heute. Ist nicht mein Tag. Was soll ich sagen? Kopf ab. Ich hasse einfach diese Hunde. Die greifen mir viel zu schnell an. Wirklich viel zu schnell. Wenn ich gleich schon sehe, dass gleich einer angerannt kommt. Oder dass so zwei von der Seite kommen. Dann könnte ich wieder austicken. Oder dass die sowas machen. So Synchronangriffe. Synchron. Oder mich einfach angreifen, während ich trinke. Dann könnte ich auch wieder austicken. Echt jetzt. Ohne Witz. Ich könnte austicken. Ich will einfach nur diesen Boss killen. Ist das denn zu viel verlangt? Bitte war's das. Und ich kann keinen so leer rufen, ne? Ist das denn die Möglichkeit? Hier ist eine Treppe. Gehe ich da lang? Wir trinken was. Wir gucken da mal kurz rein vielleicht, ne? Vielleicht ist da ja ein Feuer. Oh Gott. Oh Gott. Von hinten. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wie oft der mich getroffen hat, ne? Okay. Von wo kam der denn? War der einfach ums Eck, ne? Ja, scheiße. Pass auf, Abkürzung. Ist das die Abkürzung? Du Bitch. Du kleine Bitch. Zum einen, was ist hier? Verschlossen. Okay. Cool. Seele. Cool. Okay. Ich gucken trotzdem mal, was hier drin ist. Pass auf, tolle Aussicht. Also da ist noch mal die Rede von Abkürzung. Vielleicht ist es ja wirklich eine. Lassen wir uns überraschen. Achtung, Gramm. Was für ein Ding. Zeher Feind. Dude, ich sehe hier keinen. Aber da kommt gleich einer. Im Sturzangreifen. Unter mir oder was? I don't know that. Debel meine Seele? Ähm. Wo? Wurfmesser, aha. Fügt Waffe der rechten Hand Feuer zu. Hm. Ich meine, coole Zeug, Dude, aber nope. Okay, wohin geht's da? Jetzt sagt bloß, da geht es zum Anfang. Was ein langer gegangen? Äh. Hey, ich glaube, das ist wirklich der Anfang. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Funny. Okay, gut zu wissen. Dann könnten wir theoretisch ganz seit hier lang gehen. Ist vielleicht ein bisschen Rennweg, aber wobei lohnt sich das? Geht so, ne? Und wohin geht's da oben? Gar nicht. Da geht's gar nicht lang. Auch okay. Naja, gut. Wir können so leer nicht rufen. Das ist schon mal echt nicht so cool. Vielleicht sollte ich den Angriff probieren, wenn wir... Wenn wir bei Dingens sind. Beim Boss. Weil langsam mal gehen wir die Optionen aus, auch so andere Waffen zu benutzen. Das Ding ist, das ist meine starke Waffe. Sollte ich probieren, mal zu parieren? Ich meine, das Problem ist, wie gesagt, die ganzen Hunde... Oh, warte. Ich kann den rufen. Nee, ich kann jemanden rufen. Digga, bitte hilf mir. Bitte. Bitte hilf mir hart. Mein Freund. Ich liebe dich, wenn du mir hilfst. Wo bist du, mein Brot? Mein kleines Brot. Doch nicht? Digga, komm jetzt. Ich brauche dich. Und er ist einfach immer noch nicht da. Ich bin verwirrt, wie dieses System funktioniert. Gehe ich jetzt einfach ohne ihn weiter. Fuck it. Da war ich zu früh unterwegs. Und er greift halt direkt nochmal an. Das ist doch fucking stark OP, Mann. Anrufung gescheitert? Ja, egal. Keine Ahnung. Ich habe halt gedrückt und der kam nicht. Was soll ich machen? Probieren wir es halt mal so. Was sollen wir denn langsam anderes machen? Du Motherfucker, jetzt sag bloß, du kommst auch. Natürlich kommt er. Ich will nicht, dass er mich von hinten holt. Komm halt her. Und das Feuer trifft mich noch. Ich hasse dieses Spiel. Viel Erfolg. Ja, danke. Werde ich haben. Nicht. Dieser doofe Fuckboss, ey. Da ticke ich aus. Ohne Witz. Oh, der ist am Feuer verreckt geil. Getosteter Hund. Mmh, lecker. Also ich bin der Meinung, hinter uns wäre dann wahrscheinlich noch was anderes. Aber ich will eigentlich den Boss killen. Der hat mich herausgefordert und deswegen kriegt er jetzt meine Eier. Er hat sie so verdient. Also was ist das denn für ein Schild? Ein Zielschild. Das hat ja viel weniger. Fuck you, man. Aber das Ritterschild hat irgendwie mehr. Sollte ich vielleicht das benutzen? Hat mehr Gewicht. Ach, deswegen habe ich es nicht benutzt, ne? Stimmt, da war was. Ich konnte mich dann nicht mehr so gut rollen. Wollen wir eine andere Waffe probieren? Ich weiß es ehrlich nicht. Ich meine, das ist halt unsere Stärkste, ne? Darum geht es mir. Ich meine, wie schnell greift die nochmal an? Vielleicht kriege ich damit besser die Hunde down. Weil man die halt so ein bisschen schneller killen sollte, denke ich. Oh, das macht ja viel weniger Schaden, merke ich gerade. Oh, ich muss dreimal hauen, anstatt einmal für die Hunde. Das ist ein Riesenunterschied. Ihr Ficker, das gibt's... Ich behalte die Hellbade. Scheiß auf den Katana, Mann. Ich hasse mein Leben. 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 Wo ist die scheiß Hellbade? Ah... 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 Okay. Ah! Mein telefon klingelt aber das ist mir scheißegal es ist dark souls zeit und ich muss dark souls spielen und weinen und das weinen haben wir schon hinter uns und als nächstes kommt dark souls spielen oh mein gott was mache ich denn was mache ich denn ich hasse mein leben so sehr wie kann man so sehr sein leben hassen oh mein gott ich habe es überlebt ich fasse es nicht dass ich jemals noch mal hierher komme der weg zum boss ist ja schon behindert okay mein versuch ist einen schweren angriff zu machen nach ein zwei sekunden damit dieser scheiß hund erst mal tot ist der greift so schnell an da kann man sich kaum erholen genau deswegen und dann noch deswegen wenn ich nur ein bisschen weiter weg gehe dann kommen dann schon die hunde das regt mich extrem auf das kann ich euch sagen extrem diese fucking hunde okay den ersten und haben wir da bekommen ja das geht so wie wir wie wir es wollten das problem ist dass dann noch welche kommen gut vielleicht sollte ich am boss vorbei rennen ich weiß es nicht und dann und dann die hunde killen was zur hölle ist das hier ein grafik fehler alles klar so 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 Oh Oh So Leute Ich hab gehört Es geht nochmal voran Ich hab den Hund nicht bekommen Okay okay Bitte lass mich in Ruhe Ist das eine schlaue Position hier Ich bin mir nicht so sicher Ach fuck Ach und ich wurde getroffen Scheiße Ah fuck Ah fuck Ich wollte ihn treten Und wieder runter Oh mein Gott Wir kriegen den vielleicht hin Holy shit Ja stirb du Fucking Fickkacke Schlüssel zu den Tiefen Heimkirknochenmenschlichkeit Du kannst mir die Nudel so hart lutschen Versuch's mit beiden Händen halten Jo wäre vielleicht auch ganz gut gewesen Ich schätze man könnte ihn da runter locken Und dann hoch springen Und dann äh Auf ihn da runter springen Kann das sein Ich halt's nicht aus Ja du das glaube ich dir Ich halt's auch nicht aus Das war ja mal ein Krampf Okay da vorne war ein Gang Kann das sein Nee kann nicht sein Ich geh ja einfach mal davon aus Dass der Schlüssel für Dieses eine war MMMM Wo wir nicht durch konnten Da war doch was ne Warte mal wir sind grad dran Vorbei Wir wollen da runter So links von uns Du Das ist Das ist ziemlich Hurensohn von dir Dass du dich da einfach Hinstellst Boah ich hab so Hunger langsam Holy shit Ach stimmt Wir konnten da nicht durch Hier konnten wir nicht durch Geht das jetzt? Ja Ullala Baby Bitte sag mir Hier geht's irgendwo Abkürzungsmäßig Zu nem Lagerfeuer Bitte Lieber Gott Du zunächst sind da Gegner Ich frag mich halt gerade Naja gut das sind schwache Gegner Okay die machen wir Aber eigentlich ist das jetzt Ein neues Gebiet hier Will ich das echt jetzt schon Dingsen? Oder will ich erst zum Lagerfeuer? Das ist so die Frage Die ich mir stelle Okay wo komm ich runter? Hä da ist doch nirgends wo in Gang Ach da Ist das ein Metzger Oder ist das ein Boss? Ich bin mir nicht so sicher Oder sind das dieselben Dinge? Alter Der hat mich angekokelt Also ich kann da wahrscheinlich Runterspringen Oh holy shit Ein Leck Ein richtig harter Leck Keine Ahnung was das war Aber das war Hallo Kochen sie hier Hunde? Okay anscheinend Können wir den angreifen Aber der hat auch gleichzeitig Einen grünen Balken Ich bin mir nicht sicher Ob das ein Gegner ist Oder nicht? Du das ist ein Gegner Okay wir können den sogar abwehren Irgendwie war der glaube ich sauer Dass ich seinen Hund Gekillt hab Weil er den noch essen wollte Oder sowas Oh fuck Holy shit Der macht sogar Schaden glaube ich So droppt er seine Waffe Natürlich tut das nicht Diese Bitch Große Glut Nice Okay da scheint man runter zu können Wie zur Hölle ist hier jemand verreckt? Der ist wahrscheinlich an den Hunden verreckt Autsch Oh nein Ich one-hitte den Hund nicht Warum? Mach ich im Wasser weniger Schaden? Ist der Hund stärker? Ey Du Drecks Ding Du Drecks Ding Ich glaube ich mache einfach weniger Schaden im Wasser Ehrlich gesagt Links Links Rechts Links Rechts Oh Gott welche Seite will ich? Hi Hi Dankeschön. Ich hätte es nicht mehr so gefühlt gewesen sein. Ich hätte es nicht gedacht. Dankeschön. Dankeschön, ich bin Lorenzius. Oder Greg-Swap. Ich werde nicht vergessen, was ich dir gemacht habe. Okay. Oh, hallo, ich bin gut. 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 Der fucks auf mich. Pass auf, Gefangener. Oh nein. Woher kommt der jetzt, by the way? Wuhu! Hat er den gerade gekillt? Oder wie sieht es eigentlich aus? Nee. Der lebt noch. Sack. Oh, cool. Ich habe einen Sack bekommen. Noch was? Nee, der sagt nicht Danke. Der sagt nicht Danke. Was ist das für ein Sack, ey? Ist es zum Anziehen? Ist es ein Kopfteil? Ich glaube fast schon, ne? Sack. Geil. Wir könnten einen Sack anziehen. Gut zu wissen. Danke. Pass auf, Gefangener verstehe ich immer noch nicht. Aber ist okay. Dumme Frage. Ist hier irgendwo ein Lagerfeuer? Oh, ich kann es einfach aufmachen. Crazy. Oh Gott, wohin geht es da? Ist das normal hier? Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner. Ich kann mich nicht mehr healen. Ach, ich habe keine... Ich habe keine Aufladungen mehr übrig. Merke ich gerade. Alter, was ein Vieh. Du, ich glaube, wir gehen zurück an ein Lagerfeuer. An irgendeins. Mir scheißegal. Ich weiß nicht. Das ist mir hier nicht alles so... Wobei, wollen wir noch ganz kurz weiter gucken? Vielleicht ist da doch eins. Das ist immer so ein Zwiespalt. Vielleicht ist da eins. Vielleicht nicht. Man weiß nicht. Fakt ist, wenn ich jetzt noch gefressen werde, bin ich sowas von tot. Oh, von oben. Pyromantie. Haben wir... Wir haben doch Brandbomben, oder? Können wir die da dran werfen? Das funktioniert sogar. Problem ist, dass noch einfach eins... Und noch eins und noch eins. Shit. Geht. Och Gott, haben die viel Leben. Einfach nicht von denen aufgesogen werden. Okay, number one ist tot. Immer schön aufpassen hier. Wir haben zu viele Seelen, die wir nicht verlieren wollen. Achtung Kopf, jo. Das habe ich gemerkt, jo. Aber... Mein Problem ist auch vor allem, ob da vorne dann ein Lagerfeuer... Endlich ist man. Ach, da sind noch so viele. Kann das sein? Ähm... Wir haben noch schwarze Feuerbombe. Das hat das Vieh sogar gekillt. Sind da über uns nicht noch mehr? Ja, wusste ich's doch. Vor allem, was ist das, Alter? Das ist einfach nur so... Keine Ahnung, Schleim, äh. Ich akzeptiere es einfach, dass die existieren. Ich hinterfrag's nicht. Ist irgendwie stumpf, aber ist okay. Okay, ist über uns noch eins? Nö. So, da geht's runter. Und da geht's durch. Oh mein Gott. Wenn ich auf dem Weg dahin jetzt sterbe. Es gibt einen Gott. Es gibt einen fucking Gott. Alter. Uff. Erstmal aufladen. Oh yeah, Baby. Oh, hier ist noch jemand Nadel. Auch nackt. Okay. Wir haben jetzt zwar nur 5 Estos, aber das sollte uns genügen. Wir sehen uns nächste Episode. Danke fürs Zuschauen. Dann machen wir weiter. Ciao. Und damit du meine Let's Plays nicht vergisst... Tudu. Hihihihi. Tudu. Tudu. Und damit du meinst. Tudu. Ich hab ein Aleya. Ich hab ein. Ich hab ein paar Mal.